In diesem Video sprechen wir über einen der spannendsten Kommentare, die ich jemals auf YouTube zum Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen habe. Und das, zumindestens unterstelle ich das jetzt einmal, von einer selbst von Borderline-Betroffenen. Und ich glaube auch, dass das, was ich zu diesem Kommentar zu sagen habe, sehr wichtig ist für alle von Borderline-Betroffenen. Denn in diesem Video bekommt ihr da draußen die Antwort auf die Frage, wie ihr als von Borderline-Betroffene endlich die absolute Freiheit erlangen könnt. Und Freiheit ist es, was die meisten Menschen mit Borderline sich eigentlich wünschen. Denn eines der Kernproblematiken von Borderlinern ist das permanente Gefühl der Ohnmacht. Der Ohnmacht gegenüber der Welt. Die Ohnmacht gegenüber dem System. Und die Ohnmacht gegenüber dem Leben, was man anscheinend führen muss. Ja, und endlich frei zu sein, frei entscheiden zu können, würde ja auch das Ende dieses beklemmenden Gefühls der Ohnmacht bedeuten. Ja, das alles und noch sehr viel mehr besprechen wir in diesem Video. Wenn du also von der Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen bist, bleib auf alle Fälle ganz bis zum Ende dran. Ja, und zwar wurde mir ein Kommentar unter mein letztes Video zum Thema Borderline gepostet. Diesen Kommentar blende ich euch hier in voller Länge natürlich auch ein, in welchem es zusammengefasst gehießen hat. Lieber Tom, es ist sehr, sehr schön, dass du immer wieder die Kernproblematik der Borderliner in deinen Videos aufgreifst. Und diese Kernproblematik sei die Gefallsucht, die Rachsucht, die Anpassung bis zum Umfallen. Ja, und wenn diese Anpassung nicht mehr möglich ist und ja, wenn die eigene Kraft diesbezüglich verbraucht ist, dann die bittere Anklage, die bittere Vorwurfshaltung gegenüber der Welt, dass alles so ungerecht sei und einem nicht genug gegeben werde. Ja, das finde ich ehrlich gesagt eine sehr interessante und ja, sehr interessante Zusammenstellung von Kernproblematik kennen. Ich persönlich zähle insbesondere auch die Ohnmacht dazu als Gefühl bei Menschen mit Borderline, die aber das Resultat ist aus den eben hier genannten Dingen. Und ja, da möchte ich sehr, sehr gerne meine Gedanken zu äußern. Ich würde das erst einmal voll unterschreiben. Genau so ist es. Das sind Dinge, unter denen Menschen mit Borderline im Laufe ihres Lebens und Zusammenhängen mit ihrer Persönlichkeitsstörung tatsächlich leiden. Warum ist das so? Wie kommen wir denn zum Beispiel als Menschen mit Borderline zur Gefallsucht? Ganz kurze Besprechung dieser Frage. Nun, Menschen mit Borderline sind häufig in aller Regel in einem sehr dysfunktionalen Umfeld groß geworden. Meistens haben bereits die Eltern die Menschen mit Borderline dysfunktional erzogen. Es können aber auch andere vergleichbare Bezugspersonen gewesen sein. Und in der Folge ist ja auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung überhaupt erst entstanden. Und wenn wir Eltern haben, welche eine dysfunktionale Erziehungsweise an den Tag legen, und das insbesondere vielleicht, dass die Kinder mit künftigen Borderline sehr stark abgewertet werden, dass sie es den Eltern nie recht machen können, dass wir, es ist nur ein von vielen möglichen Beispielen, wir einen alkoholkranken Vater gehabt haben, der sich zum einen unberechenbar gegenüber dem Kind verhalten hat und zum anderen sehr schnell auch zornig geworden ist, in diesem Vergleich vielleicht auch, in diesem Zuge vielleicht auch handgreiflich geworden ist, etc. pp. oder dass es zu noch schlimmeren Missbrauchssituationen in der Kindheit gekommen ist, da mussten natürlich diese Kinder mit späteren Borderline Strategien entwickeln, eben das zu verhindern. Und das geht in aller Regel über dafür zu sorgen, gefällig zu sein, den Eltern oder vergleichbaren Bezugspersonen zu gefallen, eben nicht den Zorn zu erregen eines Mannes oder eines Menschen, der grundsätzlich schnell zornig wird. Oder, ja, lieb Kind zu sein, um andere Formen von Missbrauch zu verhindern und sei es auch nur temporär. Viele Kinder mit Borderline haben von ihren Eltern auch gesagt bekommen, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nie etwas werden, ich habe dich nie gewollt, etc. pp. All das kann natürlich dazu führen, dass die Kinder, welche von ihren Eltern abhängig sind, und welche ihren Eltern auch körperlich, also von der reinen Körperkraft, gar nichts entgegenzusetzen haben, eben diese Strategie, dass ich will und muss meine Eltern auf Teufel komm rausgefallen, entwickelt haben. Das ist die Gefallsucht. Warum haben Menschen mit Borderline häufig Rachsucht? Nun, also, zum einen ist es ja erst einmal so, wenn einem offensichtliches, handfestes, grobes Unrecht zuteil wurde, eine ungerechtfertigte Ohrfeige, Demütigung, andere Formen von Missbrauch, dass das in Menschen, so ist die menschliche Psychologie nun einmal aufgebaut, zu Rachegelüsten bei uns führen kann. Bei Menschen mit Borderline ist es allerdings noch sehr viel weitergehend, sehr, sehr häufig, denn sie empfinden deshalb eine Rachsucht, nicht nur gegen den ehemaligen Peinigern, sondern auch gegenüber dem gesamten System, der Gesellschaft, etc., etc., weil sie sagen, ich empfinde Rachsucht deshalb, weil ich mich anpassen muss. Zuerst meine Eltern und jetzt scheinbar auch, wo ich jugendlich bin, wo ich bereits erwachsen bin, die Gesellschaft, an die ich mich ständig anpassen und verbiegen muss. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass andere Leute sich nicht in diesem Maße verbiegen und anpassen müssen, weil sie andere Voraussetzungen gehabt haben als ich oder jetzt aktuell andere Voraussetzungen haben als ich. Übrigens ein Mythos, den ich im Laufe dieses Videos noch auflösen werde. Naja, und weil ich es als ungerecht empfinde, mich so anpassen zu müssen und da natürlich auch ganz viel Energie für aufwenden muss, empfinde ich eben Rachsucht, auch gegenüber allem und jedem. Naja, und das vor allen Dingen, das wurde ja auch in dem Kommentar, den ich am Anfang dieses Videos eingeblendet habe, deutlich, wenn es sogar so weit kommt, dass noch nicht einmal mehr diese Gefallsucht, das heißt, die permanente Anpassung beziehungsweise zu glauben, man müsse sich anpassen, es allen recht zu machen, wenn das noch nicht einmal mehr zum Erfolg führt und man trotzdem dann, ja, empfundenermaßen schlecht oder ungerecht vom System behandelt wird. Deswegen kommt es dann häufig auch zur, der bitteren Anklage von Menschen mit Borderline gegenüber der Gesellschaft, nicht nur gegenüber den Eltern, gegenüber dem Arbeitgeber, gegenüber grundsätzlich Jobcenter, Arbeitsamt, dem Wirtschaftssystem, der Struktur, aber natürlich auch auf sozialer Ebene, gegenüber Freunden, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, da sind auch falsche Freunde natürlich mit inbegriffen, oder aber auch gegenüber Therapeuten, Therapeuten, die einem nicht so helfen, wie man es sich gewünscht hat und aber vielleicht auch nicht helfen können, wie man es sich gewünscht hat und wie sie sich selber wünschen, weil sie ja selber Teil eines völlig überlasteten Systems sind. In vielen Fällen wäre zum Beispiel für Menschen mit Borderline eine einmalige Therapiestunde pro Woche gar nicht ausreichend. Menschen mit Borderline brauchen vielleicht zwei oder drei Therapiestunden pro Woche. Das kann der Therapeut, selbst wenn er wollte, aber gar nicht anbieten, weil er völlig überlastet und überlaufen ist. Ja, und über die langen Wartezeiten überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen, brauchen wir gar nicht sprechen. Auch hier wieder dann natürlich die Anklage und infolgedessen die Rachsucht gegenüber dem System. Aber, und jetzt kommt der Plottwist bei allem, was ich bis hierhin gesagt habe und wenn du dich jetzt als meine Zuschauerin oder mein Zuschauer gut abgeholt gefühlt hast von dem, was ich jetzt gesagt habe, wenn du sagst, ja, das genau beschreibt meine Situation oder es kommt zumindest sehr nah dran an das, was ich erlebt habe, an das, was ich denke. Ich fühle mich hier relativ gut verstanden, trotz des, ja, trotz ich anonym bin für diesen Mann im Video. Dann möchte ich dich bitten, dich jetzt auf den Plottwist, den ich vollziehen werde in diesem Video, einzulassen. Ich werde jetzt bestimmte Dinge sagen, die eventuell in dir erst einmal innere Widerstände hervorrufen können. Ich bitte dich aber, dich darauf einzulassen. Und wenn du dann am Ende des Videos vielleicht auch, nachdem du etwas Zeit hast, verstreichen lassen, nachdem du das Video vielleicht auch zweimal gesehen hast, dann immer noch sagst, okay, das hat für mich gar nicht gepasst, was da gesagt wurde, dann ist es auch okay. Dann verwirf es einfach. Dieser Gedanke, dass Menschen mit Borderline sich an alles und jeden anpassen müssen, ist ein Gedanke, der in ihrem Kopf entstanden ist. Das muss man hier erst einmal festhalten. Er ist entstanden aufgrund der spezifischen Situation, in der sie sich befunden haben. Ganz, ganz häufig haben die Eltern gar nichts gesagt. Du, liebes Kind, liebe Nadine, lieber Philipp, whatever, musstest mir recht machen. Dieser Satz ist häufig von den Eltern nicht gefallen. Denn das ist häufig eine Idee oder ein Verhalten, das später als Idee auch in Worten, im Geiste beschrieben wurde. Das, was man da tut, sich anpassen. Aha, ich muss mich anpassen. Das mehr oder weniger allein oder zumindest im Kopf des oder derjenigen mit Borderline entstanden ist. In manchen Fällen haben die Eltern natürlich auch gesagt, du musst dich mehr unterordnen. Du bist mir nicht recht, so wie du bist. Du musst dich verändern. Wenn du mir nicht gefällst, dann gibt es richtig Ärger. Auch das gab es. Es ist aber ganz wichtig zu verstehen, dass das natürlich eine Aussage dieser Eltern war, die dann im Kopf und als Verhalten, sozusagen als scheinbare Lektion fürs Leben von denen Betroffenen mit Borderline generalisiert wurde und später dann als Jugendliche, als Erwachsene auf alles und jeden im Leben angewendet wurde. Nämlich auch zu versuchen, sich auf dem Arbeitsmarkt anzupassen. Nämlich auch zu versuchen, sich gegenüber den Freunden oder falschen Freunden anzupassen, um es denen recht zu machen. Aus der Angst heraus, wenn ich es denen nicht recht mache, werde ich verlassen. Okay? Und das muss aber gar nicht der Fall sein. Das ist ein Glaubenssatz. Freunde, Bekannte, Arbeitgeber, whatever, die wirklich gut zu dem tatsächlichen wahren Selbst, der Borderliner, passen, dass sie häufig sich gar nicht eingestehen zu zeigen, würden einen auch gar nicht verlassen, wenn man sich so zeigen würde, wie man ist. Einfach, weil man gut zusammenpasst. Okay? Ich hoffe, das ist hier klar. Also nochmal, dieser Gedanke, gegen alles und jeden gefallen zu müssen, ist erstmal ein Gedanke, den haben die Menschen mit Borderline in sich irgendwie entwickelt. Der ist entstanden. Das ist aber kein, und das möchte ich ausdrücklich sagen, kein allgemeingültiges Funktionsprinzip der Gesellschaft und des Lebens. Schon alleine deshalb, weil es ja für Menschen mit Borderline nicht zum Erfolg führt. Menschen mit Borderline leiden ja trotzdem. Alleine das zeigt schon, dass diese Lösungsstrategie nicht die richtige ist, beziehungsweise noch nicht optimal angepasst verwendet wird. Es ist nämlich auch so, dass die Welt, in der wir leben, ja für alle Menschen prinzipiell die gleiche ist, dieselbe ist. Und es ist ja das Paradox, dass du als meine Zuschauerin oder mein Zuschauer in Wohnblock XY, in Wohnung 1 wohnst und in Wohnung 2 wohnt irgendein anderer Typ oder ein anderes Mädel und ihr seid beide broke, ihr lebt beide in diesen relativ ärmlichen Verhältnissen in eurer 1 oder 2 Zimmerwohnung im Brennpunkt von Frankfurt oder Berlin. Und während du mit deinem Leben struggelst, obwohl du in derselben Welt, ja sogar im selben Haus wohnst wie dein Nachbar, hat dein Nachbar eventuell ein glückliches Leben, ist relativ zufrieden. Ich baue dieses Szenario auf, weil ich natürlich weiß, dass es in ganz großen Maßstäben schon Unterschiede gibt. Der eine ist Millionär, der andere ist ein Tellerwäscher. Aber ich möchte sagen, dass das persönliche Lebensglück und der persönliche Erfolg, wie geht es mir, bin ich vielleicht auch psychisch erkrankt, habe ich eine Borderline-Störung und habe sie immer weiter oder bin ich gesund oder habe ich im Laufe der Zeit geschafft, meine Themen aus der Kindheit zu überwinden, der das auf engem Raum ist, hier große Unterschiede geben kann. Und das sage ich einfach schlicht und ergreifend, um zu verdeutlichen, dass es nicht unbedingt die Welt ist, ganz wichtig, die für unser Schicksal und vor allen Dingen den weiteren Verlauf unseres Lebens verantwortlich ist, weil es ist für alle dieselbe, sondern unsere eigenen Entscheidungen, unsere Einstellungen, unsere Gedanken. Und damit möchte ich Menschen mit Borderline nicht auf gar keinen Fall den schwarzen Peter zuschieben für die Misere, in der sie sich befinden. Ich möchte auch auf gar keinen Fall sagen, ihr seid selber schuld, dass ihr Borderliner geworden seid. Nein, ihr wurdet zum Borderliner gemacht. Das ist einmal ein Fakt. Schuldzuweisung, da habe ich prinzipiell nichts gegen. Das ist auch ganz wichtig und heilsam, die Verursacher zu benennen für das, was einem angetan wurde. Nur ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir nicht bei der Anklage gegen das System, die Rachsucht stehen bleiben, sondern jetzt etwas tun. Dass wir jetzt etwas machen, da rauszukommen. Und deswegen sage ich dir das alles, weil, und jetzt pass auf, die Welt, in der wir leben, können wir nicht verändern. Das wissen wir alle. Wo können wir irgendetwas verändern? Ja, die Politiker machen, was sie wollen. Es sind immer die gleichen Politiker, Darsteller, wie man so schön auf Social Media sagt. Egal wie man wählt, es ist immer der gleiche Mist. Wir werden das Wirtschaftssystem nicht ändern, es ist immer der gleiche Mist. Wir werden die Menschen im Großen und Ganzen in unserer Gesellschaft nicht ändern. Es ist immer der gleiche Mist. Es wird sich vielleicht mal wandeln, aber mit Sicherheit nicht mehr, bevor wir alt und grau sind. Aber, und jetzt kommt der Game Changer, wir können ja uns selber verändern. Und das, das heißt also, dieses, was erstmal empfunden wird, als, wow, jetzt schiebt der Mann im Video mir auch noch die Schuld zu, dafür, dass wir diese und jene Politiker-Darsteller haben, dafür, dass wir, diese und jene Eltern gehabt haben, nein, es ist keine Schuldzuweisung, es ist eine Ermächtigung. Ich möchte dir sagen, das ist eine Chance. Diese Erkenntnis, dass du die Verantwortung trägst, wie es jetzt mit deinem Leben weitergeht, dass du dafür verantwortlich sein kannst, dass du es steuern kannst, das ist ganz, ganz wichtig, ob du die Person 1 bist in deinem Wohnhaus, die unglückliche Person oder Person 2, die relativ zufrieden oder vielleicht sogar megamäßig happy Person, das ist die Chance für dich, das ist der Game Changer für dich, weil nochmal, die Welt kannst du nicht verändern und solange du glaubst, dass die Welt zu 100% für dich und dein Schicksal verantwortlich ist, ist es genau das, Ohnmacht. Die Ohnmacht der Borderliner, weil man die Verantwortung bei der Welt sieht. Sobald du aber erkennst, dass du alles verändern kannst, indem du dich veränderst und sei es auch nur, dass du eine Borderline- spezifische Therapie machst, die bei dir gut anschlägt, whatever, hast du plötzlich doch die Möglichkeit, dein Leben zu verändern, auch wenn die Welt um dich unveränderbar ist und das wird dir oder das nimmt Menschen mit Borderline und jetzt kommt's, die Ohnmacht, das große Kernsymptom der Borderline-Persönlichkeitsstörung und in der Folge wird dann auch die Rachsucht abnehmen und man wird eventuell in diesem Zuge auch die Gefallsucht ablegen können, weil man feststellt, dass diese Gefallsucht schon immer zu nichts geführt hat. Das Leben ist grundsätzlich für jeden etwas, bei dem man unbegrenzte Entscheidungen und unbegrenzte Freiheit hat. Ich möchte jetzt nicht mit euch über den physikalischen Determinismus sprechen. Gut, da können wir philosophisch drüber sprechen, ob der Mensch überhaupt einen freien Willen hat, aber das bringt uns ja auch nichts weiter. Das hilft uns nichts. Nur die Annahme, dass wir überhaupt uns selber zumindest frei entscheiden können, bringt uns irgendwie im Leben voran. Das ist das Einzige, was hilfreich ist. Es ist nicht hilfreich, sich hinzusetzen und zu sagen, ich kann sowieso nicht frei denken. Ich habe keinen freien Willen. Was soll uns das bringen? Wir gehen also davon aus, wir haben einen freien Willen, wir können frei entscheiden und wir haben tatsächlich in der Welt unbegrenzte Möglichkeiten. Wir sind frei. Wir sind nicht ohnmächtig. Gut, jetzt kommt natürlich und das sind Gedanken, die habe ich selber schon gehabt. Ja, ich bin ja nicht frei. Ich habe ja die Gesetze, ich habe ja die Voraussetzungen in unserem System. Ich habe nicht die Berufsausbildung gemacht und bin deswegen nicht frei, Jobs zu machen, wo ich, keine Ahnung, irgendwo mit meinem Arsch im Büro sitze und für acht Stunden mit 30 Euro bezahlt werde, aber nur vier Stunden davon arbeite und den Rest der Zeit Kaffee trinke. Ich muss Gebäudereinigung machen. Ich muss ein Euro oder ein Euro fünfzig Jobs, keine Ahnung, wo wir da momentan sind oder ob es das überhaupt noch gibt. Das muss ich machen. Ich muss bei Subway stehen und im Sommer bei 35 Grad draußen vor dem 40, 50, 60, 100 Grad heißen Ofen stehen, mir einen abschwitzen und kriege dafür für den Mindestlohn. Stellen wir uns mal vor, oder das ist ein Bild, das finde ich sehr naheliegend, dass die Gesellschaft, in der wir leben, das wird ja häufig gleichgesetzt mit Dschungel. Jeder ist jeden, jeder ist das andere Wolf. Ja, das gibt es ja so. Oder ich stelle mir immer vor, wir leben gar nicht in unserer Gesellschaft mit irgendwelchen Gesetzen und Regeln, sondern im Endeffekt leben wir im wilden Westen. Und da ist die Situation draußen häufig, weil sich ja eh keiner an die Regeln hält, die uns vorgegeben werden, zumindest seitens des Staates, irgendwo im wilden Westen leben, das ist ja auch so. Oder ich stelle mir vor, im Dschungel, in der Natur, dass meine Mitmenschen im Endeffekt wilde Tiere sind, welche mehr freundlich oder nicht freundlich gesonnen sein können. Also Menschen aus meinem Wolfsrudel oder befeindete Fressfeinde, etc., etc. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wenn wir plötzlich annehmen würden, wir würden uns in der wilden Natur stehen, sehen, dann hätten wir ja auch das Gefühl, ich stehe jetzt im Dschungel oder ich stehe im wilden Westen und kann eigentlich frei entscheiden. Ich habe die absolute Freiheit im Dschungel. Das heißt nicht, dass jede der Entscheidungen, die ich treffe, auch zu positiven Ergebnissen führt. Ich kann mich auch im Dschungel dazu entscheiden, wenn ich einen Wolf sehe, auf den zuzugehen und gefressen zu werden. Ich kann mich dazu entscheiden, die falschen Bären zu essen und dann krank zu werden. Ich kann auch einfach, wenn ich Pech habe, auf irgendeine Pflanze treten mit einem Giftstachel und dann geht es mir richtig mies. Das alles ist möglich. Trotzdem haben wir, wie in einem riesigen Open-World-Game für den Computer oder für eure Spielkonsolen, die Möglichkeiten, eigentlich alles zu tun. Und das haben wir auch und es geht ja immer um unser Leben. Es geht ja nicht um fiktive Wild-West-Personen, okay, und es geht ja auch nicht um Lara Croft. Das alles haben wir eigentlich in unserer Gesellschaft auch. Und das möchte ich dir wirklich nur sagen, dass du da draußen verstehst, der du immer geglaubt hast, du bist sehr unfrei, dass du eigentlich frei bist. Und es geht nur darum, welche Entscheidungen du triffst. Und welche Entscheidungen du triffst, das kannst du dir frei aussuchen, steuern, überlegen, das Game spielen, Erfahrungen sammeln, besser werden, craften, skalieren, whatever. Und dann wird auch das Gefühl der Ohnmacht gehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wenn dieses Gefühl der Ohnmacht geht, wenn die Rachsucht geht, wenn die Gefallsucht dann vielleicht weniger wird, Gefallsucht, also auf diesen Drang, ich muss vielleicht eine Rolle spielen, um jedem zu gefallen, gehe ich gleich noch in einem Nachsatz ganz kurz ein. Wenn das alles weggeht, dann wird auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung zumindestens symptomatisch extrem abnehmen. Ist einfach so. Die Entscheidungen, die Menschen mit Borderline treffen, sind häufig ungünstige Entscheidungen. Sie werden im besten Wissen und Gewissen überlegt oder impulsiv einfach rausgedonnert. Und obwohl man sich gedacht hat, ich tue hier als etwas Gutes für jemand anderen oder für mich, endet es häufig im Desaster. Das ist leider das Lebensdilemma, das ist das Struggle vieler Menschen mit Borderline. Weiß ich. Ist so. Ich bin niemand, der sich auf YouTube hinsetzt und sagt, Borderliner, ach, das sind doch die, die andere immer schädigen wollen. Ach, das sind doch die, die sich keine Mühe geben, die faul sind, die es böse mit anderen meinen. Nein, ich gehe davon aus, da bin ich zu 100% sicher, dass Menschen mit Borderline in aller Regel, und damit meine ich 99, Periode, 9% jeden Tag versuchen, das Beste und das Richtige und das Gute zu tun. Nur, und das ist das, das Borderline-Dilemma an dieser Stelle, sie müssen leider schmerzhaft sehen, dass das, wovon dem sie ausgehen, dass es das Gute ist, nicht zu guten Resultaten führt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt aber trotzdem nicht, und bitte bleibt noch dran an diesem Punkt, das ist so wichtig zu verstehen. Das heißt nicht, dass das System daran schuld ist, sondern, dass wir in Anpassung an das System und aufgrund unserer Vergangenheit Strategien erlernt haben, die nicht die Probleme, die wir alle haben, weil wir leben ja alle in der gleichen Welt, denken nochmal an das Hochhaus mit den zwei Menschen, die da drin wohnen, ihr und euer Nachbar, dass diese Lösungen, die ihr in euch gefunden habt, einfach die Probleme, die Voraussetzungen nicht optimal auflösen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und es geht nicht darum, oder hier ist es nicht angezeigt, sich ohnmächtig zu fühlen, zu warten, zu hoffen, dass das System sich ändert, das wird es sowieso nicht, dass man irgendwann erlöst wird, sondern an sich zu arbeiten und die Lösungsstrategien, die Glaubenssätze, die Verhaltensweisen zu ändern. Und das könnt ihr, das ist die Chance und dann wird sich euer gesamtes Leben ändern, auch wenn die verkackte Welt immer die gleiche bleibt. Und in diesem Sinne, arbeitet an euch selber, das macht ihr für euch, nicht für andere, sondern für mich sowieso schon mal gar nicht. Macht vielleicht eine Therapie, macht Persönlichkeitsentwicklung und fühlt euch vor allen Dingen ermächtigt, selber handeln zu können. Versteht, dass ihr euer Leben steuert und nicht die anderen. Warum, wieso, weshalb, habe ich in diesem Video auseinandergesetzt. Letzter Satz zum Thema Gefallsucht. Das muss ich jetzt einfach noch hier nachknallen, damit das Video rund ist. Eine dieser Lösungsstrategien, zu glauben, ich kann die Probleme im Leben eben verwalten, denen Herr werden, ist dieses, ich versuche anderen zu gefallen. Das funktioniert deswegen nicht, weil es ein, weil dieses Schauspiel, weil die Maskerade, die man da aufführt, der Spagat gleichzeitig auf mehreren Partys zu tanzen, obwohl überall unterschiedliche Musik gespielt wird, das kostet ja sehr viel Kraft oder es ist auch unmöglich. Das führt im Endeffekt in der Konsequenz dazu, dass man zu niemandem und zu nichts wirklich gut passt. Stellt euch vor, ihr steht auf einem Platz und um euch herum sind drei oder vier oder fünf verschiedene Partys mit lauter Musik und ihr hört die Musik von all diesen Partys und das ist in etwa auch die Situation, in der sich die meisten Menschen mit Waterland in ihrem Leben und in der sich auf die Gesellschaft befinden. Ihr hört die Musik all dieser Partys und ihr versucht jetzt, es allen diesen Partys recht zu machen und gleichzeitig zu jedem dieser verschiedenen Lieder zu tanzen. Das geht nicht. Ihr seht dann aus wie der letzte Irre, wie der letzte Clown, der einfach irgendwelche Bewegungen macht und jeder, der euch sieht, denkt sich, warum zappelt da jemand so? Was zappelt der denn da rum? Nein, ihr müsst euch auch dann, wenn verschiedene Musik für euch zu hören ist und wenn es die Möglichkeit gibt, auf verschiedene Partys zu gehen, entscheiden, wo gehe ich hin und dann tanze ich nach dieser Musik und ich tanze schön, ich tanze gut. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wenn wir jetzt auf das Leben betrachten, dann sucht man sich oder sucht ihr euch natürlich die Musik aus, die euch gefällt. Wenn ihr zwischen fünf verschiedenen Partys entscheiden könnt, dann wird es nur dann ein lustiger Abend, wenn ihr zu der Party geht, wo die geile Musik gespielt wird, die ihr als geil empfindet und nicht auf die Party geht, wo die Musik gespielt wird, die euch gar nicht gefällt. Nur weil die Leute, die auf der Party sind, euch gesagt haben, bei uns ist es am besten. Das wird euch den Abend versauen. Okay? Ganz wichtig zu verstehen. Je länger ich darüber nachdenke, das ist ein wirklich geiles Sinnbild für das Leben. Okay? Spult das Video noch mal zurück, wenn ihr es nicht begriffen habt, wenn ich euch zu schnell geredet habe. Je länger ich darüber nachdenke, das ist ein geiles Sinnbild. Ihr müsst euch entscheiden, welche Musik gefällt euch. Jeder auf diesen verschiedenen Partys wird euch auch sagen, kommt zu mir, bei uns ist es am geilsten. Aber ihr müsst diese Entscheidung für euch treffen, ihr müsst dazu stehen und dann geht ihr auf diese Party und tanzt diesen Tanz und nicht den Tanz aller anderen und dann wird es ein geiler Abend beziehungsweise ein geiles Leben für euch. Und diesen Weg zu finden, herauszufinden, welches sind die richtigen Entscheidungen, die richtigen Verhaltensweisen, vor allen Dingen, nachdem euch das Tanzen in der Vergangenheit von euren Eltern oder vergleichbaren Bezugspersonen falsch beigebracht wurde. Das noch mal umzulernen, das ist jetzt tatsächlich eure Challenge. Das ist einfach so. Es gibt Kinder, die haben schon von Anfang an die geilen Tänze beigebracht bekommen und es gibt Kinder, denen hat man gar nichts beigebracht oder klassisch Volkstrott oder was auch immer, was einem jetzt nichts mehr nützt. Das ist jetzt eure Challenge, Real Talk. Aber diese Challenge zu meistern, das obliegt euch. Das Gefühl der Ohnmacht ist zu weiten Teilen nicht nötig. Denn ihr entscheidet. Im Dschungel, im Wilden Westen, in unserer Gesellschaft, was ihr tun wollt. Ja, und das war's für dieses Video. Die Luft bei mir ist raus. Ich bin immer noch begeistert von diesem Bild mit der verschiedenen Musik. Kommentiert gerne unter das Video, was ihr zu dem denkt, was ich hier gesagt habe. Hat euch das weitergeholfen? Fühlt ihr euch abgeholt? Habe ich hier vielleicht kompletten Blödsinn geredet? All das schreibt mir in die Kommentare. Und noch mal, seid bitte wohlwollend gegenüber allem, was ich hier gesagt habe. Das wäre einfach mein Wunsch. Und zieht euch raus, was euch inspiriert, was euch nützt. Und weg mit dem Rest. Ich bedanke mich, dass ihr ganz bis zum Ende mit dabei geblieben seid in diesem Video. Abonniert gerne diesen YouTube-Kanal, wenn ihr euch für das Thema Borderline interessiert. Jede Woche mindestens ein neues Video zum Thema Borderline. Und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, wenn ihr Danke sagen möchtet, dann werdet von Herzen gerne Kanalmitglied. Ein Link dazu in der Videobeschreibung. Merci. Viel Spaß beim Tanzen. Euer Tom.